Die Dipladenia überwintern. So haben sie noch richtig lange Freude an der Pflanze. Die Dipladenia ist auch unter dem weniger bekannten Namen Mandevia bekannt. Dahinter verbirgt sich eine prachtvolle, rankende Pflanze, die vom Frühjahr bis Spätsommer eine Vielfalt an farbenfrohen Blüten produziert. Doch ist die Dipladenia überhaupt winterhart? Und wenn ja, wie kann sie richtig überwintern? Wir zeigen Ihnen, welche Ansprüche die Dipladenia an ihren Überwinterungsplatz hat und was dabei beachtet werden muss. Dipladenia. Die Auswahl der richtigen Sorte für den Winter. Da die Dipladenia in den Tropen beheimatet ist, fühlt sich der Blüher im ganzjährig warmen und sonnigen Klima am wohlsten. Bereits Temperaturverhältnisse von unter 8 Grad Celsius können für wärmeverwöhnte Pflanzen ungünstig sein. Die einzige Ausnahme bildet dabei die winterharte Dipladenia-Art Mandevia laxa. In Deutschland ist sie auch unter dem Namen chilenischer Jasmin bekannt und kann kühlen Temperaturen von bis zu minus 5 Grad Celsius standhalten. Andere Dipladenia-Arten überstehen keinen Frost und sind daher nicht winterhart. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man die Gewächse nicht überwintern kann. Die Dipladenia kann mit etwas Mühe überwintert werden, sodass sie noch lange Zeit Freude an ihrem Blüher haben und zugleich einen Teil zu mehr Nachhaltigkeit beitragen. Der richtige Standort beim Überwintern. Zunächst sollten Sie sich natürlich möglichst früh Gedanken über den richtigen Überwinterungsplatz machen. Die ideale Umgebung bietet hier ein helles Gewächshaus mit Temperaturen von 10 bis 15 Grad. Ebenfalls eignen sich Wintergärten oder helle Treppenhäuser mit ähnlichen klimatischen Verhältnissen. Trotz der Wintermonate braucht die Dipladenia nämlich viel Tageslicht, jedoch keine direkte Sonneneinstrahlung. Doch Vorsicht! Die Dipladenia ist anspruchsvoll. Ist es der Pflanze zu wahren, ist es möglich, dass sie in der nächsten Blühsaison nicht mehr ihre volle Pracht entfalten kann oder ganz eingeht. Verfügen Sie über keinen Wintergarten oder kein Gewächshaus, ist es auch möglich, die Dipladenia in der eigenen Wohnung überwintern zu lassen. Dabei sollten Sie sich für den hellsten und zeitgleich kühlsten Ort in der Wohnung entscheiden. Haben Sie hier überhaupt keine Möglichkeit, ist es auch denkbar, mit einer Pflanzenlampe zu arbeiten. Die dem Blüher wertvolles Licht spendet. Denkbar ist auch ein Überwinterungszelt, das ausreichend Tageslicht bietet. Hierfür ist es dann wichtig, auch an eine kleine Heizung zu denken, damit die Pflanze es immer schön warm hat und die Temperaturen nicht unter 10 Grad Celsius fallen. Am besten verwenden Sie eine Pflanzenheizung mit Temperaturregelung. Dipladenia überwintern, düngen und gießen Das Düngen der Dipladenia ist im Winter nicht nötig, da sich ihr Bedarf an Wasser in der Winterruhe stark reduziert. Die Erde darf zudem trocken gehalten werden. Dennoch dürfen die Wurzeln nicht verdörren. Die Dipladenia benötigt auch im Winter eine hohe Luftfeuchtigkeit. Hierzu können Sie die Pflanze ganz einfach mit etwas Wasser besprühen. Hilfreich kann hierbei auch ein Feuchtigkeitsmesser sein, der zuverlässig anzeigt, ob die Pflanze durstig ist oder momentan kein Wasser benötigt. Unerfreulicherweise bietet die Dipladenia Schädlingen wie Schmierläusen, Spinnmilben und Schildläusen einen idealen Nährboden. Kontrollieren Sie Ihre Pflanze deshalb auch im Winterquartier, am besten regelmäßig auf einen möglichen Befall. Der richtige Zuschnitt Die Dipladenia sollte bestmöglichst vor ihrer Ruhe im Winterquartier zurückgeschnitten werden, da die Pflanze ihre Blüten nur an frischen Trieben ausbildet. Dabei ist es notwendig, Handschuhe zu tragen, da beim Schneiden der Pflanze der Milchsaft austreten kann. Der kann zur Hautreizung entführen. Es können sowohl die Seitentriebe als auch die Gesamthöhe zurückgeschnitten werden. Beim Überwintern der Dipladenia kommt es außerdem nicht selten vor, dass das Gewäch seine Blätter abwirft. Im Frühjahr sollten diese wieder nachwachsen. Die Pflanze wird dann neu austreiben. Das Auswintern Die prachtvolle Pflanze ist eine wahre Diva. Die Dipladenia hat eine niedrige Kältetoleranz, sodass das Überwintern im Idealfall bis mindestens Mai, also nach den Eisheiligen, andauert. Bis zu dieser Jahreszeit kann man immer noch mit Frost rechnen. Im Spätfrühling kann die Pflanze dann wieder an ihren gewohnten Platz. Damit sich die Dipladenia stufenweise an das Sonnenlicht gewöhnt, ist es sinnvoll, einen bedeckten, wolkigen Tag auszuwählen. Die direkte Sonneneinstrahlung gleich zu Beginn der Einnahme ihres Sommerquartiers könnte ihr zu stark zusetzen. Ideal ist es, der Dipladenia nach den Überwinterungsmonaten einige Zeit zur Eingewöhnung zuzugestehen. Die Pflanze wird es ihnen danken und sie in den Sommermonaten mit ihrer schönen Blütenpracht entschädigen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.